Zweifel an vollständiger Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs in der EU. Dieser zeige bei über 65-Jährigen nur eine geringe Wirksamkeit, berichten Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Das Unternehmen wies die Darstellung zurück. Es steht in der EU bereits wegen Lieferverzögerungen in der Kritik. Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen weiter leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet 6408 entdeckte Fälle innerhalb von 24 Stunden. Vor einer Woche waren es knapp 5000 Fälle mehr. Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt bei 903. Amtsenthebungsverfahren gegen ehemaligen US-Präsidenten Trump im Senat eingereicht. Die Verhandlung soll am 9. Februar beginnen. Die Demokraten wollen Trump wegen des Angriffs seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar zur Verantwortung ziehen. Konnte vor Rücktritt. Der italienische Ministerpräsident will am Morgen sein Kabinett über das Vorhaben informieren, und bei Präsident Mattarella sein Rücktrittsgesuch einreichen. Dieser könnte ihn mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen. Das bisherige Bündnis war vor knapp zwei Wochen geplatzt. Erneut Krawalle in den Niederlanden. In mehreren Städten randalierten hunderte Jugendliche. Auslöser der Proteste waren die aktuellen Corona-Beschränkungen, wie die seit Samstag geltende Ausgangssperre. Es kam zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Nach Angaben der Polizei wurden mehr als 150 Personen festgenommen. Deutschland beendet Handball-WM mit Unentschieden. In der letzten Hauptrundenpartie spielte die DHB-Auswahl gegen Polen 23 zu 23. Damit landete die Mannschaft von Trainer Gislason auf Platz 12. Das ist die schlechteste WM-Platzierung in der Verbandsgeschichte. Das Wetter, im Nordwesten freundlich, sonst meist Wolken verhangen und vor allem vom Westen bis in den Südosten teilweise kräftige und anhaltende Schneefälle, zum Teil auch Regen. Höchstwerte minus 3 bis plus 6 Grad.